Variationen in Blau, die gab es beim Neujahrsempfang der CSU Oberallgäu nur musikalisch. Die Partei demonstrierte Geschlossenheit und vor allem Entschlossenheit. Der Wechsel ins neue Jahr hat den Wahlkampf eingeläutet und auf den stimmte der Kreisvorsitzende Joachim Konrad gleich zu Beginn ein. Wir werden ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft ablegen. Wir stehen zum Betreuungsgeld, die Eltern brauchen Wahlfreiheit und wir wollen nach wie vor ein eine Entlastung für die Leistungsträger, für die Arbeitnehmer, für die Mittelständler und auch für die Landwirte. Vor allem aber will der Kreisverband mit seinem Listenkandidaten Erik Beiswenger endlich wieder im Landtag vertreten sein. Immerhin scheinen die Wähler der CSU gerade sehr gewogen zu sein. Nach einer aktuellen Umfrage werden die Christsozialen momentan mit 47 Prozent im Landtag vertreten. Das würde für eine absolute Mehrheit reichen. Gerade deswegen muss man engagiert einen Wahlkampf machen, dass man verhindert, dass die Leute zu Hause bleiben. Und die Bilanz ist hervorragend. Bayern steht ganz gut da und ich denke, die CSU hat auch das Vertrauen wieder verdient, die Regierung zu stellen. Noch sind es acht Monate hin bis zur Wahl. Zeit genug, um über den Tellerrand hinaus zu blicken, betonte Staatssekretär Gerd Müller und lenkte den Blick auf den Mangel in der Welt. Täglich sterben 20.000 Kinder an Unterernährung und weltweit hungern eine Milliarde. Das ist eine dramatische Herausforderung. Die Sicherstellung der Ernährung für die Menschheit ist die Überlebensfrage schlechthin. Eine Frage, die gerade angesichts der wachsenden Bevölkerung gestellt werden müsse. Jeden Tag wächst die Weltbevölkerung um 227.000 Menschen. Bis zum Jahr 2050 wird es auf der Erde etwa 9 Milliarden Menschen geben. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO muss die Nahrungsproduktion bis dahin um 75 Prozent gesteigert werden. Zahlen, die beeindrucken und beunruhigen. Zum Nachdenken anregen, auch dafür kann ein Neujahrsempfang gut sein. Wir wollen hier wirklich ein Signal der Solidarität und der Menschlichkeit geben. Vielleicht auch in konkrete Projekte, die Menschen bewegen, sich selber einzubringen. Beispielsweise in ein Trinkwasserprojekt auf den Philippinen, wo ein Ortsverband von uns tätig ist. Denn auch die Wasser- und Trinkwasserversorgung ist in der Welt ein dramatisches Problem. Probleme erkennen und lösen. Das hat sich die CSU Oberallgäu vorgenommen. 2013 das Superwahljahr. Im September wird sich zeigen, ob die Bemühungen gefruchtet haben.